So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder beim Race 1000 in Neuhadenberg. Das letzte Video von hier hat mit diesem charmanten Herrn aufgehört, der innerhalb von einer Woche sein Getriebe wieder heile gemacht hat. Was hat sich getan seitdem? Eigentlich, nein, ich hätte erst gesagt nichts, aber das Getriebe natürlich 20 mal aus- und eingebaut, sämtliche Synchronringe ausprobiert, sämtliche Einstellungen ausprobiert. Ich hoffe einfach mal, dass das Schaltproblem heute damit beobacht wird. Das heißt, Getriebe, etliche Male komplett zerlegt? Ja, fünf verschiedene Getriebekülle getestet, drei verschiedene Synchronringarten getestet, einen neuen Schaltknaufen, einen neuen Shifter eingebaut, einen neuen Motorhalter gebaut, damit der Motor nicht so wackelt und ich glaube, das macht. Shifter, zeigen wir gleich einmal als Close-Up, ist bei dem Auto, wird geschaltet über eine Stange, nicht über Seilzug. Und was ist an dem Shifter jetzt anders? Soll genauer schalten. Da sind keine Gummidämpfer mehr dazwischen, was beim Seriengetriebe noch wunderbar der Fall ist, sondern es ist starr aufgehängt. Es ist komplett starr, okay. Und die eigentliche Stange, die zum Getriebe geht, die ist aber original. Ja, die ist genauso geblieben. Ja, okay. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil das Event geht nämlich gerade schon los. Jawohl. Wir fassen zusammen. Getriebe endlich mal ausgebaut. Ja. 20 Mal. Kupplung neu. Äh, Kupplung neu. Stimmt. Ja, ja. Kupplung komplett neu. Kupplung neu, äh, neuen Shifter und so weiter. Also, ich drücke die Daumen, dass es jetzt endlich funktioniert. Danke. Wer hat sich den Tegra endlich mal zeigen, was er kann. Ich hoffe es auch. Dankeschön. Ja. 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 Ja, beim ersten Mal, ähm, hat er ein Öldruckproblem gehabt. Ähm, ich hab immer, äh, das Ding, dass, wenn der Motor einmal ausgeht, äh, dann bleibt der Fehler im Speicher gespeichert. Und wenn der Motor abgesoffen ist, dann kann ich den nicht noch mal starten. Weil dann ist der Fehler immer noch gespeichert. Und wenn ich dann losgefahren bin, dann hat er halt die ganze Zeit Fehlzündung produziert. Aber mit dem Schalten hat geklappt? Kam gar nicht dazu. Ach, du kamst gar nicht dazu. Ja. Und, äh, bei dem zweiten Mal, bis jetzt getestet, habe ich das Auto immer nur, ah, beim ersten Gang getestet, alles in Ordnung. Im zweiten Gang getestet, alles in Ordnung. Im dritten Gang kommt er durchgefahren, alles in Ordnung. Aber erster, zweiter, dritter, ähm, ja, das kannst du jetzt erst hier auf der Strecke testen. Und, äh, das hat halt nicht so richtig funktioniert. Ja, jetzt probieren wir es halt nochmal. Und gerade war Mittagspause. Was hast du gemacht? Das Auto lief zu Hause richtig gut. Hier läuft es gar nicht mehr und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was das Problem ist. Äh, ich wollte, dass das Auto hier beim Race 1000 schön dasteht. Deswegen habe ich es einfach mal gewaschen und den Motorraum habe ich leicht abgedampft. Dumm nur, dass, äh, ein bisschen Wasser in die Kerzenlöcher reingelaufen ist. Ein bisschen zu viel Wasser. Das Kerzenloch stand halb voll mit Wasser und, äh, deswegen hat er die ganze Zeit Füllzündung gemacht. Jetzt habe ich das Wasser mit Taschentuch rausgezogen und, äh, versuche den auch nochmal. Und du denkst jetzt klappt, ja? Einmal aufsetzen bitte. Hoffe jetzt. Okay. Einlauf konnte Eugen noch fahren, doch dann... Starker Regen, sodass es nicht nur möglich war, die Strecke trocken zu bekommen. Und das Event musste abgebrochen werden. Ja. Doch dann eine gute Nachricht. TTT und Late Night schlossen sich zusammen und veranstalten noch ein Rennen. So, und weiter geht's. Wir haben mittlerweile die Veranstaltung gewechselt. Äh, wir sind bei der E8, die machen mit zusammen mit dem TTT heute nochmal ein Final Race, Saisonabschluss. Und jetzt geht es weiter mit Eugen Sintegra. Einlauf hat das schon hinter sich. Fährt gut. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und danach interviewen wir ihn. So, da haben wir den Eugen vom Team Malus aus Hannover. So, ich hab mit dem Eugen kurz gesprochen. Getriebe lässt sich tatsächlich schalten. Der Grieche sitzt wieder vom Pool aus und hat mal einmal kurz über die letzte Laufuhr geguckt. Hat jetzt nochmal ein bisschen nachgelegt und ich bin jetzt gespannt, was kommt. Auf план! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 290,01 Quandam Was für 303 Da stand 303 Warum so aus? Das war nicht gut oder was? Du fährst auf jeden Fall konstant Ja das Problem ist, da steht 303 Und von der Reichweite her Hätte ich gesagt, Alter, das waren 100 Meternummer mehr Fällig Das Problem ist jetzt alles weg, sieht man Das war ein Re Alappterbauton Achso, das ist jetzt gespeichert Ja, ja, ist gespeichert aber weg. Stand auf jeden Fall Vmax drauf, 303. Und was mich auch wundert, du hast nur 0,80, 0,100 gemessen, ja? Ne, du kannst einmal feil runterdrücken, dann zeigt er dir das nächste an. Ja, aber misst er denn trotzdem alles? Ah, trotzdem misst er alles. Der Fahrlade einmal aus. Er stand auf jeden Fall 0 bis 60, keine Ahnung. 0 bis 100 war 5,6. Entschuldigung. Keine Ahnung. Und Vmax war 303. Was anderes steht da ja nicht. Aber vom Weg her, locker nochmal 100 Meter mehr. Locker nochmal paar Sekunden, Alter. Und ich denke, Alter, gleich ist doch irgendwann Ende. Verrückt. Aber warum beschleunige ich denn trotzdem auf 303 noch weiter? Wenn ich doch schon an der Ziellinie 292 habe. Da müsste ich ja nochmal 10 kmh drauflegen. Weißt du, was ich meine? Oder das Ding zeigt falsch. Das glaubst du aber nicht, ne? Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Können wir nach einmal feilen. 92, 0,17. 92, 0,19. Wieder 92, 17, 89. Kann doch fast nicht sein, dass man so gleich schnell ist, oder? Ja. Sensation. Dämmchen. M Um, 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 um. Letzte Laufworte? Ja, ich glaube schon. Aber du hast dich ja schon massiv verbessert? Ja, immer 1 kmh, mal 2 kmh, mal 3 kmh mehr. Langsam ernährt sich das halt. Was sagt Grieche? Go, 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 go war die letzte Nacht. Okay, sehr glücklich. Einmal geht noch rein. Aber klang auf jeden Fall sehr sauber. 2,98. Jawohl! 2,96.8. Null. 2,98. Jawohl! 2,96.8. Null. Weißt du, was du gefahren bist? 2,96.8. Sogar bis auf die 0,8. Wurde mir das erste Mal sofort übermittelt. Schade, ich wäre gerne nochmal gefahren. Also der Lauf hat sich, warte jetzt mal kurz warten, für dein Auto. Äh, der Lauf hat sich perfekt damit. Nicht im Auto? Weil keine Traktion? Ja. Genau. Und der Datalook, den wir letztes Mal gemacht haben, ist auf 1 kmh tatsächlich genau mit den Zeiten hier. Da war ich mit den Frontreifen 311 und mit den Heckreifen 296. Also durchgedreht im Ziel. Durchgedreht, die ganze Zeit, den ganzen fünften Gang durchgedreht. Deswegen hat er immer wieder eine Fehlzündung mit eingebaut. Aber er wollte jetzt ein bisschen Laddruck zurücknehmen, damit ich dann Traktion habe. Abgebrochen. Egal. Er hat sich aber trotzdem sauber angehört. Keine Aussetzer. Schalten hat sich schnell angehört. Hat auch richtig schön geknallt. Das war gut. Danke. Du happy? Sehr. Alles erreicht. Getriebe schaltet. Auto hat gehalten. Saison ist rum. Getriebe nicht kaputt. Getriebe nicht kaputt. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Geld gespart. Mir ebenfalls. Danke. Jetzt kommt der Winter und wir sehen uns nächstes Jahr. Tschö. 3196,80